Also ich bin Rodi, ich betreibe den Laden hier am Merindamm und manchmal kommt vor, wenn wir den, also Merindamm wegen der Autobahn und ich wünsche mir, dass die Straße ein bisschen ruhiger wird. Papi, kann ich nicht raus? Ja, kannst du raus, aber bitte aufpassen. Ich unterstütze, folgt erscheint Fahrrad, weil wir mehr Platz brauchen, ohne Angst zu haben, dass man von den Autos überfährt. Überfährt, sagt man? Überfahren.